Viele Kunstgrüße aus dem Fredizianum in Kassel. Ich bin wieder mit dem Kunstverein Arnwalds unterwegs und heute sind wir Mitglieder eingeladen zur Ausstellung Tauber Auerbach-Liede im Fredizianum. Die Ausstellung läuft noch bis zum 14.01.2024. Kann ich nur empfehlen. Viele tolle Eindrücke. Einige habe ich euch hier in dem Kurzvideo festgehalten. Ich freue mich über eure Kommentare und natürlich umso mehr, wenn euch das Video gefällt und gerne teilen. Liebe Grüße, die Doris. Ich freue mich nicht nur in der Hand, sondern in der Hand. Aber wenn sie hier einen Gurkenpfähre machen, dann muss sie das wirklich machen. Das nur ist so. Deshalb. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Was man sich anschaut erstmal, die Fixierung. Jetzt sind wir bei verschiedenen Mustern gelaufen, das gibt es auf dem Tisch, der Bahn und so weiter. Und das ist hier jetzt, die Fixierung ist ganz besonders, sieht man oben. Und dann der inhaltliche Konstruktion, das muss man sehen, sei es Fahrrad oder auch, und dann die Aussagen. Die benutzen wir auch hier unten. Wie ist das? Bei euch? Was war das schwierig? Obwohl ich aus Bayern komme oder war das schwierig? Untertitelung des ZDF, 2020